so und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten infovideo heute es geht natürlich um das thema der drag race numero 100 was ja auch schon in nicht so ferner zukunft ansteht da soll es auch ein paar special guests geben wir gerne jetzt gerade mal in kommentaren raten wer das sein könnte 5 4 3 2 1 0 ihr habt wahrscheinlich falsch geraten denn die special guests die sitzen gerade vor diesem bildschirm dieses video mit das kannst du auch nämlich du sein oder ihr der meine zuschauer meine community ihr seid herzlich eingeladen bei dem hundertsten weg was dabei zu sein da möchte ich das gerne es ist nicht fest aber ich würde es gerne nächstes wochenende aufnehmen welchen tag bei uns da bin ich flexibel ich setze jetzt erst mal an als groben termin schreibt ich meine sich mal in den raum am samstag um 19 uhr das wäre dann der 19 8 glaube ich der wirklich gerne mit euch aufnehmen genaueres werde ich dann wahrscheinlich erst sagen wenn wir denn dort sind ich bin noch nicht zu viel spoilern sage ich mal so aber es wird cool auf jeden fall plan dafür wenn ihr könnt plant auf jeden fall ich sage jetzt mal grob zwei stunden ein paar dann wäre schon sind wir auf der sicheren seite das sollte eigentlich reichen für das ganze ihr könnt gerne mitmachen also schreibt mir entweder bei ich schreibt mich bei xbox an oder jetzt hier unter diesem video noch bei facebook und twitter könnt ihr auch gerne machen am besten natürlich mit gamertag noch eine zeit habt wenn jetzt ich sag mal genug leute da sind aber jetzt die meisten sagen ich habe samstag jetzt um 19 und nicht zeit lasst es jetzt zum beispiel lieber sonntag machen sondern nachmittag weil sich um 14 uhr kann ich gerne machen können wir gerne verschieben ich bin sehr flexibel ist kein problem aber nicht vergessen wenn ihr mitmachen möchtet das möchten denke ich mal auch einige einfach mich irgendwo anschreiben dann können wir das gerne machen glaube ich ein cooles video der darf ist schon hoffentlich bis nächsten samstag dann würde ich sagen